Hallo liebe Freunde, ich bin's euer Chris Keanu. Ich leite die Entertainment-Agentur Keanu Events aus Berlin und ich bin Veranstalter der modernen Zirkus-Show Ecstasia. Zusätzlich vermittle ich Künstler weltweit und bin selber erfolgreich als Luftakrobat seit über 20 Jahren aktiv. Ja, ich melde mich mit diesem Video direkt an euch, um einfach mal Stellung zu beziehen und aufzuklären. Ja, seit März 2020 haben wir ein indirektes Berufsverbot durch die aktuelle Corona-Pandemie, wurde es uns so gut wie unmöglich gemacht zu arbeiten. Hilfsprogramme wurden auf den Weg gesetzt, aber die kamen leider bei einem Großteil der Betroffenen nicht an. Oder die Hürden, die sie überhaupt bewilligt zu bekommen, sind so hoch, dass schon ein Großteil von den Antragstellern ausfällt. Ne, Aufklärungsarbeit gibt es nur bedingt. Ne, die Medien, die Medien scheint es anscheinend auch nicht wirklich zu interessieren. Die Politik fand es gut, besser in die Sommerferien zu fahren, anstatt sich wirklich mit den aktuellen Problemen zu befassen. Über eine Million Menschen aus der Veranstaltungsbranche, das betrifft Schausteller, Zirkusleute, Artisten, Regisseure, Dienstleister aus allen Gewerken stehen mit dem Rücken zur Wand. Jeder Monat ist ein tiefer Einschnitt in unsere Beweglichkeit. Es kostet Geld, Energie, wir verlieren die Motivation und Perspektive wird uns nur wenig aufgezeigt. Wir haben die Möglichkeit, Projekte zu organisieren, aber es war vorher schon ein sehr hart umkämpftes Feld und es war auch kein leichtes Geschäft. Aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen wird es immer schwieriger, wirtschaftliche Produktion umzusetzen und zu organisieren. Die Gesundheitsauflagen schränken uns ein in der Auswahl unserer Betriebsstätten, in der Auswahl der Orte, wo wir spielen. Jedes Bundesland hat unterschiedliche Regelungen, was für uns Veranstalter auch natürlich schwierig ist, einen konkreten Plan zu machen und keiner möchte wirklich die Verantwortung übernehmen. Ja, Versicherung kann man dafür leider nicht abschließen, weil jede Versicherung sagt, in Zeiten von Corona übernehmen wir keine Verantwortung. Aber wir möchten keine Hilfspakete. Wir selber wollen wieder aktiv werden und wir möchten mit unserer Kunst Leute erreichen und berühren. In Zeiten, wo es sowieso schon nicht so viel zu lachen gibt, in Zeiten, wo wir immer mehr Auflagen von außen bekommen, an die wir uns halten müssen. In Zeiten, ja, wo die Angst, wo die Angst dominiert, möchten wir einfach wieder Freude spenden und neue Projekte eröffnen. Was ich schade finde, liebe Künstler, diese Ansage geht an euch. Es ist Zeit, Gesicht zu zeigen und Stellung zu beziehen. Ich weiß, ein Großteil der Künstler ist im Moment auf Hartz 4 und ein anderer großer Teil, hat mich schon darüber aufgeklärt, wie unsäglich schwierig dieser 40-seitige Antrag für Arbeitslosengeld II ist. Also ich finde, das kann kein Zustand sein. Ich glaube, es ist Zeit, sich jetzt zusammenzusetzen, neue Projekte zu besprechen. Wir müssen einen gemeinsamen Dialog schaffen und gemeinsam sollten wir versuchen, uns zu vernetzen, Stellung zu beziehen, aufzuklären und gemeinsam mit der Politik nach Lösungen zu suchen, wie wir diesen Leuten Menschen helfen können. Weil es ist nicht nur der Solo-Selbstständige, der da vorne steht, sondern jeder Solo-Selbstständige zieht noch einen riesigen Rattenschwanz hinter sich her. Ich selber als Veranstalter, ich hätte dieses Jahr jetzt zwei große Showproduktionen produziert, hatte über 50 Events weltweit, wo ich Künstler vermittelt habe und all diese Künstler, ich sage mal, über 60 freie Mitarbeiter stehen auf dem Trocknen und haben seit März keine Einnahmen mehr. Das ist kein Zustand und das ist auch nicht fair. Wir möchten einen Dialog. Wir fordern euch dazu auf. Wenn es euch gefällt, nehmt euch uns an, teilt dieses Video und werdet laut. Euer Chris Kilianer. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!